so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die air force von keller feuerwerk slash komet slash phoenix auch glaube ich ja jetzt habe ich gerade mitten in der aufnahme mein modus gewechselt ich war noch im manuellen modus leute egal hier die air force von keller gekauft habe ich die für 3,99 beim sonderpreis baumarkt und ich meine die gibt es auch im netto markendiscount an neem muss ich jetzt erstmal gucken bei keller ich kaufe ja sonst nie keller hat die hier oben müsste das ja stehen netto explosivmasse 111 gramm und das ist so eine schöne low budget batterie die sogar echt gut ist auch mit blauen stern und so und die werden wir uns mal angucken und ich denke mal für den preis müsste die sich sogar lohnen also wünsche ich euch jetzt viel spaß bei der zündung der air force von keller feuerwerk jetzt die air force 3,99 sonderpreis baumarkt keine neuheit gab es schon mal ich weiß gar nicht wie die original heißt vielleicht ist das auch die originale blaue sterne sind da glaube ich dabei und der standfuß von komet das ist einfach noch schön das ist echt keller natürlich für drei kann man machen muss man aber nicht die blauen schüsse sind aber dennoch schön aber relativ interessant bis zum nächsten Mal